Die Dawa ist sozusagen der Sauerstoff dieser Ummah, der Sauerstoff dieser Glaubensgemeinschaft. Und da die Dawa so vernachlässigt wurde, sind so viele Leute auch prinzipiell vom Islam abgefallen, mehr oder weniger. Denn wer bestimmte Glauben an bestimmte Dinge, bestimmte Glaubensinhalte des Islams nicht glaubt, zum Beispiel, dass der Islam die einzige wahre Religion ist, ist ganz klar ein Kefir. Weil er damit ganz klar den Koran verleugnet, wo Allah im Koran in Sura 3, Vers 85 sagt, Wer eine andere Religion als den Islam begehrt, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und es gibt im Jenseits nur Gewinner oder Verlierer. Und da die Gläubigen die Gewinner sind, können die Verlierer nur die Ungläubigen sein. Und das heißt, wer nicht glaubt, dass der Islam die einzige wahre Religion ist, verleugnet den Koran. Und wer den Koran verleugnet, ist ein Kefir. Und wer ein Kefir ist, geht für alle Ewigkeit in die Hölle. Natürlich mit der Bedingung, dass er die Wahrheit nun erhalten hat. Das heißt, wir sagen nicht, Müllermeier-Schmitz aus dem Dorf XY, diese einzelne spezifische Person ist jetzt in der Hölle, weil er ist in den Kuffer gestorben. Weil es könnte sein, dass er die Botschaft eventuell nicht bekommen hat, auch wenn das äußerst unwahrscheinlich in der heutigen Zeit ist, in der heutigen Zeit der Massenmedien, wo schon so oft berichtet wurde, dass die Muslime von sich selber sagen, dass der Islam die einzige wahre Religion ist. Aber, wie gesagt, jemand, der die Botschaft nicht bekommen hat, der wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt. Aber, prinzipiell ist er in dieser Zeit auf dem falschen Weg. Und zu der Barmherzigkeit Allahs gehört es dann trotzdem noch, dass er am jüngsten Tag nochmal eine Probe kriegt. Denn Allah sagt in Surah 17, Vers 15, das könnt ihr euch alle mal mitschreiben, danach prüfen, ob das, was wir sagen, der Wahrheit entspricht. Und wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten gesandt haben. Übrigens, wenn ich die Verse manchmal erwähne mit Versnummer, es gibt manchmal etwas unterschiedliche Nummerierungen, dass es vielleicht ein Vers davor steht oder ein Vers danach. Das ist derselbe Koran, aber die Nummerierung ist manchmal etwas anders, weil meistens fängt die Nummerierung erst nach der Besmela an, nach Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerwams des Barmherzigen. Und manchmal können wir uns natürlich auch vertun, da könnt ihr uns gerne anschreiben, und dann werden wir euch dann, inshallah, sagen, wo es genau steht. Mit ihr, Koran und Zunna folgt. Ihr sollt nicht uns folgen, ihr sollt Koran und Zunna folgen. Und wenn ihr etwas findet, wo wir etwas sagen, was Koran und Zunna widerspricht, dann werden wir das zurückgeben. Ich gehe heute ein auf die Dauer von Noah in Surah Hud. Das heißt, die Dauer von Noah, a.s.w. auf Arabisch Noah in Surah Hud, die elfte Surah des Korans. In Vers 25 sagt Allah sinngemäß, Wir entsandten ja Noah zu seinem Volk unersagt. Das heißt, er wurde entsandt. Weil heute gibt es Leute, die sagen, man soll nicht zu Leuten gehen, die eine andere Religion haben, und ihnen sagen, dass ihre Religion nicht richtig sei. Man soll nicht so direkt sein, man soll keine Strafe erwähnen, man soll sie nicht kritisieren. Und seht ihr, wenn ihr bekämpft wird, dann zeigt das, dass die Dauer nicht mit Weisheit geführt wurde. Und wir sagen, Allah befiehlt uns im Koran in Surah 6, Vers 90, Also die Propheten sind hiermit gemeint, sind diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Wir sagen, wenn die Dauer der Propheten Strafe erwähnt hat, und wenn die Dauer der Propheten direkt war, und wenn die Dauer der Propheten offensiv war, und wenn die Propheten, a.s.w., nicht einfach die Menschen gelassen haben, und gesagt haben, ach ja, folge durch deiner Religion. Und wenn die Propheten kritisiert haben, und wenn die Propheten bekämpft waren, dann zeigt das, dass unsere Dauer richtig ist, und dann zeigt das, dass die anderen, die Menschen, in die Irre führen, weil sie sie wegführen vom Weg der Propheten, und wegführen vom Weg des Koranzen. Jetzt geht's los. Surah 11, Vers 25. Wir entsandten ja nur zu seinem Volk. Und er sagte, was sagte er? Wahrlich, ich bin für euch ein deutlicher Warner. Wovor war man? War man vor dem Paradies? Nein, man warnt vor der Hölle. Das heißt, er war ein Warner. Das zeigt, dass diejenigen, die heute sagen, man soll in der Dauer die Strafe nicht erwähnen, keine Ahnung vom Weg der Propheten haben. Weiter. So, was sagt er dann noch? Dass ihr keinem anderen außer Allah dient. Das heißt, hier wird die Ibadah erwähnt. Übrigens, ein Muhannad Khoshide sagt, Allah hat uns nicht erschaffen, damit wir ihm dienen. Und wo Allah im Koran sagt, in Surah 11, Vers 56, Ich habe die Menschen, die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Was übrigens nicht heißt, dass er unseren Gottesdienst braucht. Nur mal so nebenbei. Ja, aber darauf werden wir ein anderes Mal eingehen. Auf jeden Fall. Er sagt, dient Gott alleine. Was sagt er damit indirekt? Er kritisiert damit ihren Götzendienst. Das Volk von Noah hat Götzendienst betrieben. Mit Wad, Wasuwa, Wajaruth, Wajarub, 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 Wajarub. Fünf Götzen, die ganz bekannt waren unter dem Volk Noah, die früher rechtschaffende Menschen geworden sind. Nachdem sie gestorben sind, haben die Menschen sich gesagt, lass uns Skulpturen von ihnen machen, Bilder von ihnen machen, die uns an ihren Gottesdienst erinnern. Und als die Zeit vergangen ist und das religiöse Wissen verloren gegangen ist, wurden diese Bildnisse angebetet. Auf jeden Fall. Er sagt ihnen jetzt, hier, diese Bilder, die ihr so lieb habt, die ihr so mögt, betet die nicht an. In Deutschland heute betet keiner Wat Umwasuwa, Wajaruth, Wajarub, 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 Nasra. Zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre. Aber sie beten Jesus an, sie beten Maria an, sie beten den Petrus an, sie beten den heiligen Anton an, sie beten die Dunja an, es gibt Atheismus, das sind alles die Götter der heutigen Zeit. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, betet nur Gott alleine an, Das heißt, betet nicht Jesus an, betet nicht Maria an. Was macht er dann? Folgt er den Weg von Nuah, das heißt den Weg, den Allah vorgegeben hat, oder folgen diejenigen den Weg, die verräterischerweise die Menschen glauben lassen, dass ihr Schirk, ihr Götzendienst richtig sei. Das ist ein Verrat an der Botschaft und ein Verrat an den Menschen, die auf dem richtigen Weg sind. Und wer in diesem Zustand stirbt, wer in diesem Zustand stirbt, wo er den Menschen nicht die Wahrheit gesagt hat, wo die Wahrheit hinbekommen ist, der muss Allah fürchten. Denn Allah sagt in Surah 2, Vers 159, In Surah 2, Vers 159, Das heißt, die in die Verbergung, was wir von den klaren Beweisungen der Rechtfertigung herabsandten, nachdem wir es den Menschen im Buch erklärt haben, diese verflucht Allah und diese verfluchen auch die Verfluchenden. Das heißt, man muss Allah fürchten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall weiter. Nochmal zurück zum Vers. Das heißt, nur a.s.m. macht hier eine klare Ansage. Ich fürchte für euch die Strafe eines schmerzlichen Tages. Das heißt, nur a.s.m. macht ganz klar, das heißt, wenn ihr Gott nicht alleine anbetet, dann fürchte ich für euch die Strafe eines schmerzlichen Tages. Das heißt, er warnt vor der Bestrafung Allahs. Und heutzutage haben wir es mit Leuten zu tun, die sagen, man soll in der Dauer nicht vor der Strafe Allahs wahren. Das könnte die Leute ja abschränken, oder das könnte den Leuten ja nicht gefallen. Es geht nicht darum, was den Leuten gefällt oder nicht gefällt. Die Religion ist kein Wunschkonzert. Bei den Leuten, bei Noah hat es auch nicht gefallen. Hier, was passierte? Vers 27 in Sohut. Die vornehmen seines Volkes, die nicht glaubten. Und was wird hier gesagt? Die glaubten nicht. Das heißt, sie haben den Propheten verleugt. Die Botschaft ist gekommen, sie haben ihn verleugt. Also, was waren sie? Kuffar. Sofort. Und nicht, wir mussten erst mal 365 Jahre mit denen diskutieren. Sondern, in dem Moment, wo sie nicht glaubten, wo sie die Botschaft nicht akzeptiert hatten, sind sie unglaublich. Wir sehen in dir nur ein Mensch unseresgleichen. Wir sehen, dass dir keine als jene gefolgt sind, die allen äußeren Erscheinungen nach die niedrigsten unter uns sind. Guck mal, sie sagt, guck mal, euch folgen doch nur die Ahnen und Schwachen, diejenigen, die keine Perspektive im Leben haben. Genau den Schwachsinn labern sie heute auf, um sich selber Ausreden zu schaffen. Ist doch cool, oder? Genau das erzählen sie heute bei uns. Ja, die Leute, die sogenannte Salafisten werden. Wo das eigentlich der Islam in Reinstform ist. Nicht irgendwie eine spezifische Gruppe oder was auch immer, eine spezifische Sekte. Das sind alles die Armen, das sind die Niedrigen, das sind die Leute, die keine Perspektive haben. Das haben die damals genau das selber erzählt. Deswegen frohe Botschaft an die Fremden. Er sagte, was sagt ihr jetzt Nuhr darauf, als sie ihn bekämpft haben? Ja, also sie sagten, die Niedrigsten sind, also die aller äußeren Erscheinungen nach die Niedrigsten unter uns sind. Noch sehen wir in euch irgendeinen Vorzug für uns. Nein, wir achten euch für Lügner. Er sagte, oh mein Volk, also Nuhr sagte, ihr seht nicht ein, dass ich einen klaren Beweis von meinem Herrn habe. Und er hat mir seine Barmherzigkeit gewährt, die euch aber verborgen geblieben ist. Sollen wir euch dazu aufzwingen, wo sie euch zuwider ist? Das heißt, Nuhr zwingt nicht, aber Nuhr, das steht so beeinträchtigt, geht immer wieder zu ihnen. Das heißt, immer wieder jemanden auffordern, an die Strafe Allahs zu ermahnen, ist kein Aufzwingen. Nach diesem Vers, ganz klar und deutlich. Weil es gibt dann Leute, die sagen, man soll den Leuten nicht die Religion aufzwingen. Aufzwingen heißt, ich halte dem die Pistole und komme und sage, nimm mir jetzt den Islam an. Aber dieser Islam bringt sowieso nichts. Natürlich zwingen wir niemanden den Islam auf. Und ich sage nicht zu euch, ich besitze die Schätze Allahs, noch kenne ich das Verborgenen, noch erkläre ich, ich bin ein Engel. Denn damit zeigt Nuhr noch mal den Tauhid und die Bescheidenheit der Propheten. Und heutzutage haben wir irgendwelche Sufi-Shares, die behaupten, sie würden andauernd im Helm bekommen und das Verborgenen erkennen, etc. So weiter. Noch sage ich von denen, die eure Augen verachten, Allah wird ihnen niemals etwas Gutes gewähren. Allah kennt am besten, was in ihrem Inneren vorgeht, wahrlich gehöre sonst zu denen, die ungerecht sind. Sie sagten, oh Nuhr, du hast schon genug mit uns gehadert oder gar lange mit uns gehadert, so bring uns denn her, was du uns androhst, wenn du zu dem behaftigen wirst. Das heißt, Nuhr hat ihnen mit einer Strafe gedroht, beziehungsweise sie gewarnt. Er sagte, Allah allein wird es euch bringen, wenn er will, und ihr vermögt, es nicht zu verhindern. Dann, Vers 37. Das war jetzt gerade Vers 31 bis 33 und jetzt gehe ich zu Vers 38 bis 39. Und er ballte also das Schiff, so oft die Vornehmen seines Volkes an ihm vorübergingen, also an dem Schiff, verspotteten sie ihn, also an ihm, als er am Schiff am Baum war. So, jetzt, wie hat er reagiert? Sie haben ihn jetzt verspottet. Hat er sich jetzt versteckt oder war er selbstbewusst? Weil heutzutage ist selbstbewusst, Selbstbewusstsein, in der er da war, ist heute Aggressivität. Er sagte, verspottet ihr uns, so werden auch wir euch verspotten, gerade so wie ihr spottet. Ihr werdet dann erfahren, wer es ist, über den eine Strafe kommen wird, die ihn mit Schande bedeckt. Und wenn er eine immerwährende Strafe trifft. Hier haben wir wieder Selbstbewusstsein. Wir haben hier Erwähnung der Strafe. Das heißt, wir fassen zusammen. Die Leute behaupten, man soll die Strafe nicht erwähnen, man soll nicht offensiv sein, man soll nicht kritisieren. Wenn die Dawa richtig ist, dann wird sie nicht bekämpft. Und sogar einige erzählen, man soll die Leute gar nicht zum Islam aufrufen. Wer will, nimmt den Islam an. Wer nicht, lässt den Islam. Das sagen die Heuchler der Aleviten zum Beispiel. Hier sehen wir ganz klar, dass alle diese fünf Punkte der Dawa von Noah, unter anderem, also unser Prophet Noah, a.s.w. in Suhud, ganz und klar widersprechen. Also müssen sich diese Leute fragen, wer besser ist. Noah, Noah, a.s.w. oder sie. Aber da natürlich Noah, einer der größten Gesandten Allahs, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa und Nuh. Diese fünf sind die Ulu und Asr, sind die größten Gesandten Allahs. Da hat sie den größten Gesandten Allahs. Es ist natürlich selbstverständlich, dass das, was Nuh macht, richtig ist. Und dass dieses seltsame Kaffee und Kuchen, gemütlich lebende Auberverständnis, nichts mit dem zu tun hat, was die Rechtsleitung von Allah im Koran und die Rechtsleitung des Propheten Mohammed in der Sunna uns lehrt. Sie hat nichts mit den Lehren von Koran und Sunna zu tun, sondern ist eine irre Lehre. Etwas, was die Menschen von der wahren Lehre des Korans und der Sunna abbringt. Assalamu alaikum.